Exklusiv auf SkyAtlanticHD Alle haben Zugang zu den Informationen. Wir analysieren sie nur besser. Wann wurde es zu einem Verbrechen, hier Erfolg zu haben? Hat immer Konjunktur. Lassen Sie es sein. Aber wozu hat man eigentlich einen ganzen Arsch voll Geld? Wenn man nie sagt, leck mich. Ich bin der scheiß Bundesstaatsanwalt. Das ist eine Riesen-Nummer. Kriminell. Wir läuten Ermittlungen gegen Sie ein. Ich bin bereit. Billions ab 25. April auf SkyAtlanticHD und auch auf Abruf.